Ja, 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 nette. Hallo. Ja, ja, nette. 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 gemacht das paules Kind. Hi, herzlich willkommen zum neuen Stream von Mimi. Wie immer halt. Heute spielen wir bei den neuen Modus, äh, wie heißt der? Ich kann es vergessen. Der ist irgendwie so Team-Kyle. Team-Kyle. Irgendwie fliegen. Ist hier nicht so der Brenner? Na guckt euch das an, was das für ein nerviges Fliegen. Oder bin ich irgendwie nur dumm oder fliegt man last? Viel, 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 viel langsamer. Auf jeden Fall, wie langsamer fliegt man. Wie viel langsamer ist, weiß ich jetzt gerade selber nicht. Oh mein Gott, was geht bei uns? Hey, Digi! Leute, schaut euch den an, wie der fliegt. Hä? Hä? Leute. Leute, schaut mal, so flieg ich normal. Aber wenn ich Gleitend von neu öffne, fliege ich hier richtig lahm. Hallo. Egal, benutze ich keinen Fall. Danke dafür. Hatte der Pump-Monivating. Nein, 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 nein. Halt, stopp, halt, stopp, halt, stopp, halt, stopp. Er hat zwei anderen Teammates getötet. Das war mit Absicht. Ja, das war mit Vorsprung. Ja, das war mit Vorsprung. Ja! Ey Leute, er hat so'n ehrenloses Fortnite-Lose, ehrenloses Fortnite-Suchtkind. Ja! 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 Leute, ein Loob weniger. Ey Leute, ich hasse ihn. Ha, Apfer. So ein Opfer. Uh, Hit in der Luft. Kleines Bubblegum, Bubblegum. Der hat schon Hits kassiert. Nur der hat so Bubblegum kassiert. Leider gibt es nicht eine Pause, wo die Kills nicht zählen. Nein! Den Kill hat er sowas von nicht verdient. Den Kill hat er sowas von nicht verdient. Ey Leute, ich sehe hier was leckeres liegen. Ey Leute, ich hasse das mit den... Wenn man... Wenn's schon denn schon... Wenn's schon Gleiter gibt, dann sollen sie wenig normal... Warte mal. Ist das jetzt auch im normalen Modus so? Ey Leute, ich schwöre, ich hasse euch. Ich hasse euch, Epigenz. Boy. Noin! Big Jack! Ahs nek! Ahs nek, ahs nek... Aschen nek, ahs nek, ahs nek. Nigger Loll Leute, wie konnte er das hitten? Das war unmöglich Ich war unten Warum hackt dieses ehrenlose Dreckskiddy? Ich war unten und der trifft mich trotzdem noch Ich war unten und der Karte Ey Leute, der hat so ein fettes, abstaubendes Kind. Was ist das? Okay. Leute, nein, please not. Warte! Ohne Jetpacks wäre natürlich geil... Danke dafür! Ohne Jetpack wäre natürlich schon schön... Ja, es gibt kein Jetpack mehr! Ja, ich liebe den Modus! Kann man hier fliehen? Nein! Meine Materialien! Okay, ne, aber trotzdem geil! Okay, vor allem ist das auch ein ganz normales... Deel! Hoch-Eck-Mussi! Hoch-Eck-Mussi! Hey! Äh... Hot-Marot! Ich hoffe euch gefällt... Ich hoffe euch gefällt jetzt neu, dass man meine Tastatur sieht, was ich gerade drücke... ... 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 leute mehr so wie ich mir gerade überlegen werden natürlich selten behindert wenn ich hier in einem haus stehen mit mir betrieben baller kann ich so blöd sein warte gibt es hier einen Raketenwerfer Tari Granati brauche ich auf jeden fall Tari Granati Tari Granati oder soll ich hör auf Tari Granati in die Augen guckt Tari Granati 6 Momale 3 Petra Tari Granati, Tari Granati, wie konnte es mich hitten? Tari Graheki. 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 ja tschüss eh leute ich glaube es hat kann das mal weg gehen aber das sind der wann die gleiche Mist gehabt Tag an Adi angeblich Punkt ich hatte was werde ich jetzt gucken wenn die Meichen die schön schön Danke dafür das sind auch alles 4 Kids 6 Kids 8 Kids 5 2 Kids 3 Top 3 2 2 Punkte okay das ist echt Haare Granali Archimisten Duo Cup fuck it ah ne da Duo Partner ne oder kann man jetzt nicht sagen ich hab kein Duo Partner ich frag mein Freund kurz und danke auch dass ich auch reinkomme hallo Tari Granali Tari Granali Granali äh äh guck mal an der Hack warum hab ich keinen Duo Partner ich hab Pranken Leute ich hab keinen Duo Partner die Alter ich hab keinen Duo Partner nach man kann nicht mal aufhören wenn ihr wüsstet wie Tari Granali das grad ist Leute das grad Tari Granali ят sie sie lebt auf eu äh äh j Leute, ich beende meinen Streamen und suche mir einen Duo-Partner und wenn ich einen habe, dann nehme ich den Stream auf, weil wir sehen uns.